Wofür soll ich denn arbeiten 50 Jahre und krieg noch weniger wie vom Sozialamt? Ja, ich helf dir doch gleich. Aber das läuft gar nicht bei mir. Dann krieg ich gar nicht arbeiten und krieg du vom Amt. Und mehr. Ich kann den Rednern sogar noch was abgeben. Echt? So ist das. Das ist, nein, es ist eine Frechheit. Dass man hier uns Deutschen so verarscht, ehrlich jetzt, nein, das meine ich jetzt ehrlich um diese Uhrzeit, meine ich ehrlich, die arbeiten 50 Jahre lang. Und dann fällst du tot um. Erstmal das und zweitens kriegst du noch nicht mal das, was ihnen zusteht. Ja, hier, aber doch nicht mit mir. Du siehst gut aus. Wofür soll ich denn noch arbeiten gehen? Dass ich genauso nachher ende wie die? Nein. Die haben noch...